Servus Leute, RagingRabda.de hier und ich begrüße euch zu einem kleinen Fragen- und Antworten-Video. In einem meiner Videos, äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr welches es war, ja, Ctrl-Shift-T, ähm, was kommt am 24., wo ich natürlich schön verkackt habe, weil ja dann plötzlich der Centurion Action X gekommen ist, habe ich gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt für ein 2000-Abo-Special, beziehungsweise Endes-Jahres-Special, dann schreibt die doch gerne da rein und haben diverse Leute gemacht und leider Gottes könnt ihr sehen, dass mein kleiner Statist hier überhaupt keinen Bock hat, auf in der Videokamera zu sein. Er hat es schon nicht gerne gehabt, dass ich ihn gerade gebadet habe. Ja, ich weiß, wüsst ein Tier und Baden tut ihm aber gut, das, ähm, das spornt den Darmausschuss an für ihn. Ja, ich glaube, ich packe ihn dann nachher gleich rein, aber hier habt ihr nochmal kurz, Chili, mein Haustier, eine Bartagame, Pogona Vitizeps oder Bearder Dragon im Englischen, tolles Haustier, können lang leben, er ist jetzt sieben Jahre alt, ist ein Männchen, lebt alleine, kann man gut alleine halten. Und ja, ich denke mal, wir gehen doch zuerst mal, ja, zur ersten Frage rüber. Und mehr oder weniger wurde die zweimal gestellt und die erste Frage ist, wie soll ich denn nenne ich Quickie Baby, Quickie Faggot oder so? Und um ehrlich zu sein, das ist einfach, keine Ahnung, ich sag's einfach so. Es ist genau das gleiche, wie jemand Akko Spacko nennt, anstatt Akko, Akko, Akko Spacko nennt oder so. Und es gibt auch viele Leute, die nennen mich auch zum Beispiel Raging Faggot manchmal im Clan oder Raging Fapto oder so, einfach solche Sachen. Es ist nicht böse gemeint oder so, ich habe auch keinen Hass gegen Quickie Baby oder so, nix. Ich persönlich gucke selten YouTuber, World of Tanks YouTuber. Was ich oft gucke oder was ich öfters gucke, ist zum Beispiel kurz gesagt, ah, sieh die, er will überhaupt nicht und jetzt wieder rumgucken. Oh, wo könnte ich hin? Aber ja, was ich zum Beispiel so gucke, ist ein bisschen Game- und Film-Theory, obwohl in letzter Zeit auch nicht mehr so oft. Was ich wirklich kontinuierlich schaue, ist, hast du schon wieder eben kurz gesagt, in a nutshell, wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Gibt's jetzt auch wieder auf Deutsch, kann man nur empfehlen. Und was ich auch noch momentan oft schaue, ist Ryokar. Ein Streamer, YouTuber, der viel Super Mario Maker spielt, mit für die Nintendo Switch oder Nintendo Wii U, ist es, glaube ich. Aber ja, was gucke ich sonst noch? That's about it eigentlich. Was ich sonst noch oft gucke, sind diverse League of Legends Streamer, vielleicht ein bisschen Jackfrax, aber ja, that's about it. Ich glaube, ich kann jetzt den Kleinen hier reintun, weil der zappelt mir ein bisschen zu viel. Also, Chili, sag tschüss in der Kamera. Auf dich fokussieren, komm. Will sie nicht fokussieren? Natürlich will sie nicht fokussieren. Wieso auch, ne? Aber ihr könnt sehen, ist eigentlich eine ziemlich schöne Echse. Normalerweise sind sie grau, ist zumindest die Naturfarbe, aber er ist natürlich eine Züchtung, die halt dieses Orange-Gelbliche drin hat. Hallo? Ja, einfach deinen Mund aufmachen. Was wird das? Vielleicht, wenn ich ein bisschen herankomme... Na, wollte er schon nicht mehr. Ihr habt vielleicht gesehen, sie haben auch so eine kleine dicke Zunge. So eine dicke Zunge. Das ist eigentlich wie ein bisschen ein Chamäleon. Mit der Zunge gehen sie auch auf Viecher los oder auf ihre Fresstiere, wie zum Beispiel Heuschrecken. Dann sind sie raus und stecken eigentlich zuerst ihre Zunge raus. Aber es ist nicht so, wie bei einem Chamäleon, die riesig lang ist oder so. Geht vielleicht etwa, wenn das dein Kopf ist, Kamera drehen, etwa maximal so raus oder so. Ganz wenig, gell? Ganz wenig Chili. Und wenn man sie gut trainiert, dann bleiben sie auch mal ruhig. Bei ihm ist es einfach so, er sagt so nach einer Viertelstunde oder so gefühlt, hat er keinen Bock mehr. Und dann lasse ich ihn auch. Dann weiß er auch, hey, wenn ich anfange rumzuzappeln und so, da rumzueiern, dass er keinen Bock mehr hat. Also gut. So, die nächste Frage ist von der Dark Knight LP oder die nächsten Fragen. Und ja, die erste ist, wie, warum bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Ja. Ist eine gute Frage, weil ich habe zuerst eigentlich alles auf meinen RatingRaptor-Account gemacht. Also alles im englischen Kanal eigentlich. Früher hatte man ja auch noch die Möglichkeit, diverse Kästchen auf dem Video anzuklicken. Und dann ist man zum Beispiel auf ein anderes Video gesprungen oder ist eigentlich im Video eine Zeit vorgesprungen oder zurückgesprungen. Und so habe ich auch früher meine bilingualen oder eben englisch- und deutsche Videos gemacht. Ich habe einfach am Anfang, zehn Sekunden oder fünf Sekunden, durfte man suchen, englisch oder deutsch draufklicken, bin entweder auf den deutschen Teil oder auf den englischen Teil gekommen. Aber irgendwann musste ich mir dann halt auch sagen, und das habe ich dann eigentlich gemacht, weil niemand oder ich persönlich niemand gesehen habe, welche Neuigkeiten wie von Webseiten wie For the Record, wie The Army Patrol, wie The Daily Bounce eigentlich in einem Videoformat gemacht haben. Und früher natürlich habe ich es auch noch ein bisschen schneller durchgeredet und auch vor allem durchgestresst. Da ich einfach wollte, dass die Leute knackig ihre Infos kriegen, jetzt hat sich das natürlich auch geändert. Und dann daran auch dank dem blöden YouTube-Algorithmus, wo man jetzt die ganze Zeit zehn Minuten haben muss, damit man überhaupt angezeigt wird, richtig? Ja, und das war so eigentlich der erste Teil. Und ich dachte mir immer, hey, auch wenn ich Schweizer bin, ich kann gut Englisch, das ist immer ein Training für mich. Darum, ja, habe ich auch angefangen, das Zeug auf Englisch zu machen, hauptsächlich, damit ich halt so auch die englische Sprache gut lerne. Und bis jetzt hat es sich gut ausgeschöpft. Ja, also ich persönlich finde, ich kann gut Englisch sprechen, so auch schreiben. Meine Englischlehrerin oder im Englischfachnetz dann momentan an der Uni sagt auch, was mache ich eigentlich hier? Ich hätte doch sofort zum Advanced gehen sollen. Und mein späteres Ziel wird dann auch sein, das Proficiency zu machen, was natürlich auch ein bisschen eine höhere englische Ausbildung ist. Nicht Ausbildung wirklich, aber eine englische, was soll man denn sagen? Ein Zertifikat, welches nach dem, wo ich arbeiten gehe, natürlich auch diverse Vorteile mit sich bringen kann. Dann, dann, ja, dann ist noch eine andere Frage, wieso habe ich denn noch mit dem deutschen Kanal angefangen? Kann man noch die Frage weiter da machen? Und das ist zurückzuführen auf ein Video von, von The Mad Pet oder der Film-or-Game-Theory, wo er darüber geredet hat, dass es so halt immer wichtig ist, wenn man ein Content-Creator ist, dass man seine Leute oder seine, wer ist schon wieder, seine Videos oder allgemein einfach eine kleine Demografie hat oder eine gezielte Demografie. Englisch ist natürlich extrem groß. Viele, viele Leute machen das schon. Eben, zum Beispiel von den Großen, es gibt Quickie Baby, es gibt Death Games, es gab mal, wie heißt der schon wieder, der alte Typ, The Mighty Jingles gab es mal, es gibt Sir Forge, es gibt Sir Conflicts, Xanelion gibt es eigentlich auch noch, all das, das sind viele, viele, viele Leute und noch viele mehr, natürlich auch noch viele kleinere und auch in Amerika gibt es viele mehr. Und ich habe dann auch gemerkt, dass eigentlich im Deutschen es niemand wirklich gibt, der die News oder die Neuigkeiten vom Supertest gut übersetzt oder gut rüberbringt. Vielleicht auch mit ein paar Einstüpsen, zum Beispiel, hey, ja, das könnte so sein, das könnte so sein. Aber so natürlich Vasily Seidsev und für die Leute, die gerne Vasily Seidsev gucken, schön, ich persönlich schlafe bei dem ein oder nein, es ist eigentlich nichts Einschlafen, ich persönlich kann einfach nicht hören, weil ich bin nicht so ein sehr, sehr großer Fan von diesem Akzent, sagen wir es mal so, nett gesagt. Und da habe ich mir einfach gedacht, ja, wenn man es nicht besser, oder mach es doch besser selber, eigentlich, oder es gibt schon Sprichworte, das mir jetzt nicht einfällt. Basically, oder das Wichtigste ist einfach, wenn du jemanden siehst, der etwas macht, aber du findest, er macht es nicht gut, mach es selber, mach es selber besser. Das habe ich dann mir zu Herzen genommen und darum habe ich den deutschen Kanal angefangen und auch so hoch trainiert oder eigentlich meine Erfahrungen aus dem englischen Kanal schon auf dem deutschen Kanal ein bisschen rübergezogen, wie die 10-Minuten-Videos, die Engagements, ein bisschen Titel und so und rendern, nicht rendern, editieren eines Videos, Photoshop, etc., etc., konnte ich natürlich alles rübernehmen, habe natürlich einen extremen Startvorteil, in Anführungs- und Schlusszeichen, gegeben und jetzt haben wir dann schon bald den englischen Kanal mit Abos überholt, was genial ist eigentlich. Ja, dann die zweite Frage von der Dark Knight LP ist, wenn du einen Wunsch hättest, was World of Tanks betrifft und dein Wunsch würde auch ausgeführt, was würdest du dir wünschen? Das ist eine ziemlich interessante Frage, weil mein größter Wunsch ist, dass eigentlich Wargaming viel aktiver Balancing betreibt. Ich habe es schon oft angemerkt, vor allem, wenn ich es mit Riot Games, mit League of Legends vergleiche, da ist jedes Update irgendein Balancing Change mit irgendein Champion oder wenn man es wirklich vergleichen möchte, jeder Panzer wird eigentlich da verändert. Es gibt immer irgendein Panzer oder irgendein Champion, der halt einen Buff oder einen Nerf kriegt. Ganz kleine Buffs manchmal, zum Beispiel nur ein bisschen schneller sein, ein bisschen längsamer sein, ein bisschen mehr Schaden machen können, etc., etc. Das sind nur kleine Sachen, aber immerhin, es wird immer gebalanced und sie schrecken nicht davor zurück, mal was Neues reinzubringen. Das ist auch immer, darum nennt man das auch die Pre-Season. Es gibt dieses Season-Teil, bei denen, das fängt irgendwie im Januar an und da habt ihr eigentlich bis November-Zeit, glaube ich war es, und da könnt ihr in Ligen aufsteigen, das ist eigentlich ein ganzjähriges oder ein elfmonatiges Ranked in League of Legends. Und in der Pre-Season, die eben zwischen Dezember und Januar ist, wo eben kein Ranked ist oder kein gewertete Ranks, hört sich jetzt blöd an, probieren sie Sachen aus, sie wollen eigentlich komplett nochmal das Spielprinzip überarbeiten. Da sagen sie zum Beispiel eben wieder als Analogie, möchten sie plötzlich zum Beispiel Lighttanks übelstark machen, bei denen, keine Ahnung, zum Beispiel wären das keine Ahnung, Supports oder so, irgendwas sowas. Oder plötzlich überarbeiten sie so viele Items, dass plötzlich wieder schwere Panzer eben als Analogie sehr, sehr stark werden. Und das wird natürlich alles wieder angepasst, aber sie probieren etwas immer wieder Neues ins Spiel zu bringen. Und das wünsche ich mir vom Wargame, dass sie aktiver am Balancing dabei sind und auch neue Sachen ausprobieren. Ob das jetzt eben alleine nur Panzer-Rebalancing ist, mehr Weakspots wieder reinbringen, vielleicht wenn es zu viele sind, weniger, auch mal alte und das einfach schneller, das muss schneller gehen und nicht einfach, dass wir ein Jahr warten müssen, bis dieser blöde Typ vom Schwer hier genervt wird. Oder gute, was waren es, fünf, sechs Monate, dass da der Ding genervt wird. Das Objekt 268 wäre es im Vier. Und das 430U warten wir immer noch drauf, dass das genervt wird. Das sind so Sachen, das wünsche ich mir sehr. Oder das ist mein größter Wunsch für World of Tanks, dass sie da aktiver mit dabei sind. Weil ein Spiel, du kannst nicht einfach ein Spiel machen, ein Multiplayer-Online-Spiel, du kannst nicht einfach ein Multiplayer-Online-Spiel machen und das dann hinwerfen und sagen, mir ist das scheißegal, ich habe es gebalanced und gut ist. Man sieht hier, wie es bei World of Warcraft ist. Da wird auch immer wieder neue Sachen reingebracht, um immerhin die alten Leute da dran zu lassen und den neuen auch einen einfachen Einstieg zu machen. Und das wünsche ich mir eigentlich in World of Tanks ein bisschen. Einfach, dass das Balancing knackiger funktioniert. Dass das einfach zack-zack ist, um das ja auch nicht zurücksträuben, halt pro Jahr anstatt fünf Updates, zehn Updates rauszubringen und dann auch mal sagen, ups, wir haben es verkackt, im nächsten Monat kommt das nächste Update. Versteht ihr? Das wünsche ich mir eigentlich. Zur nächsten Frage von Silbernstein. Wieso ist der Akko Spacko in den ähnlichen Kanälen? Das kann ich dir erklären. Mit den ähnlichen Kanälen habe ich nichts damit zu tun. Das Einzige, was ich da sage, ist, oder ich muss YouTube erlauben, meine ähnlichen Kanäle zu verwalten. Das macht alles YouTube. Was ich dafür ins Feuer lege oder was ich dafür eingeben muss, ist nicht meine Seele oder so. Nein, ich erlaube, dass andere Kanälen auf meinem YouTube-Kanal gezeigt werden. Dafür wird mein YouTube-Kanal auf anderen Kanälen halt gezeigt, unter Ähnlichen, wenn sie das natürlich aktiviert haben. Macht natürlich Sinn für größere YouTube-Kanäle, wie zum Beispiel Mausakrobat oder Mutality oder so. Macht das natürlich keinen Sinn, das zu machen, weil da, das ist ja reine Konkurrenz, die sie hier eigentlich dann promoten, wenn man das so sagen möchte. Für mich natürlich als kleiner YouTuber ist das natürlich natürlich genial, wenn eine Person wie Mutality oder so das anhätte und ich da plötzlich mal drauf gehen würde. Ihr könnt auch gerne gucken, jetzt den Kanal von Mutality, bin ich jetzt selber gerade aufgemacht und der hat keine ähnlichen Kanäle an. Meanwhile, Vasili Saitsev hat das an und hier wenn zum Beispiel jetzt Algo, Grummel, Mailand, O'Hare, Mausakrobat und WorldofTanks.de. Es kommt dann extrem darauf an, eben es wird euch empfohlen. Es ist für jede Person, glaube ich, eigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sollte für jede Person wirklich selber sein oder es ist auf die Person abgestimmt, wenn man es sagen dürfte. Zur nächsten Frage ist wieder gleich wie die zweite Frage von Alexander Schikor. Deine größten Wünsche für die zukünftige Entwicklung von WorldofTanks nach 2019? Eben wie schon gesagt, das Balancing sollte knackiger funktionieren. Andernseits wünschte ich mir aber auch wirklich das, sie haben es ja im einen Video ein bisschen geteased, so ja, man kann vielleicht Maps bannen, die man nicht spielen möchte, was natürlich sehr interessant wäre. Könnte eventuell ein neues Feature sein vom neuen Premium Account. Es gibt jetzt schon einen WorldofWarships Premium Account, welcher euch mehr XP gibt, nur für das Spiel WorldofWarships. Und dann weiterhin wünsche ich mir natürlich ein komplettes Crew-Rebalancing, weil zum Beispiel eine komplett neue Mechanik für eine ganze Panzerklasse wurde eingeführt, der Stun oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Benommenheit oder keine Ahnung, von den Artis. Ja, da ist einfach nichts passiert. Es gibt keinen Crew-Skill, um diesen Effekt zu minimieren. Schlussendlich ist mir das egal, wenn ich Artis spiele, was ab und zu einmal der Fall ist, auch wegen, ähm, hast du wieder wegen CW-Klug? Gut, im Clan Wars ist es vielleicht ein bisschen anders, aber im Random ist es mir doch wurscht, ob jetzt der Gegner schlussendlich 25% schlechtere Crew hat oder 10% schlechtere Crew. Ist mir scheißegal. Ich will einfach den Stunge haben, der mir erstens Gunmark gibt und zweitens XP gibt. Fertig. Mir ist das wurscht. Natürlich, ich möchte gewinnen, das kann man natürlich auch noch als Argument geben, aber eben, schlussendlich, mir geht's drum, als eine WN8-Schlampe, und mir geht's einfach drum, dass ich, äh, XP kriege, um, besser, beziehungsweise, dass ich zum Beispiel auch eine Art, die schnell durchgrinden kann, damit es halt schneller vorbei ist. Also, Crew, ein Crew-Überarbeitung, die muss kommen und die sollte auch noch in 2019 kommen, ansonsten haben wir ein großes Problem, finde ich. Weil, mit dem momentanen Crew-Prinzip, ne, finde ich persönlich, vergiss es. Kriegt ihr keine neuen Spieler? Wenn du keinen sechsten Sinn hast, bist du am Arsch. So leid es mir tut, aber so ist es halt. Du bist am Arsch, wenn du keinen sechsten Sinn hast und das ist schwer, einen sechsten Sinn zu kriegen. Ich finde, sie müssten das Crew-System immerhin ein bisschen kopieren von World of Warships, wo, wenn du eine 50% Crew hast oder eine 75% Crew, das ist eigentlich ein Captain, dann ist einfach dein Skill, den du schon gelernt hast, außer es ist ein Aktivskill, einfach nur 50% gut oder 75% gut, aber die Schiffe alle haben, egal mit was für einem Prozent der Captain, haben immer die gleiche Nachladezeit, etc., etc. Immer die gleichen Genauigkeiten und so fort und so weiter. Das, finde ich, müsste eigentlich in World of Tanks sein, es kann nicht sein, dass halt einfach ein neuer Spieler plötzlich eine 60%, 70% Crew hat auf seinem Tier 4er und den einfach so halt auf die Fresse kriegt, weil ihm einfach diese 30% fehlen, wenn er eine 70% Crew hat. Das ist einfach schlechtes Game Design für neue Spieler. Ja, das ist eigentlich so ein Wunsch für mich für 2019. Sonsten, wenn es nicht um die Entwicklung geht, sondern auch ein bisschen um PR und um Community-Wesen, sei konsistent. Man hat sich gesehen, was jetzt da mit dem Adventskalender war. Amerika kriegt teilweise den Panzer für 7600 Gold, teilweise nicht. In Europa, keine Ahnung, werden beide Dings gelöscht. Das muss einfach konsistent sein. Das kann nicht mehr sein, dass so eine Millionenfirma oder vielleicht sogar Milliarden eventuell, weiß ich nicht. Immerhin hatten sie genügend Geld, um ein Flugzeug einzuschwerzen, was nicht gerade wenig sein darf. Ja. Sie sollten da einfach aktiver mit dabei sein. Das muss funktionieren. Wirklich. Das darf nicht einfach... Wenn sie Fehler machen, dann steht zu diesem Scheißfehler und ansonsten vergrault durch die Leute. Ja. Die nächste Frage von Austria Mapping beim Jahresrückblick muss ich und der Pantheon 10 dabei sein. Da bist du. Der Pantheon 10 kannst du in den Arsch stecken. XPHD mit... Wie heißt du mit Vornamen? Interessiert dich? Muss dich nicht interessieren. Vielleicht sieht man es mal in den Livestream mit meinen Kollegen. So, die nächste Frage von Mickey Mouse und Dark Knight LP. Mein erster Premium. Mein erster Stufe 5 Premium ist, soweit ich es im Kopf habe, der Churchill 3 gewesen und somit auch mein erster Stufe 5 Panzer. Danach der erste Stufe 8 Premium Panzer war der T-34 und zwar hat mich dann ein Typ, mit dem ich gespielt habe, raufgebracht, weil er gesagt hat, oh, der ist so nice und so und der ist so ein Holddown-Monster. Ich habe den gratis gekriegt, weil ich der zumal den T-30 gehabt habe und der dann auf Stufe 9 runtergesetzt wurde und der ist genial. Da habe ich mir gedacht, oh ja, gut, da müssen wir vielleicht Mauer kaufen. Darum ist es auch einer meiner Premium-Panzer mit sehr, sehr vielen Gefechten drauf, der T-34 und hat unter anderem auch schlechten Stats. Man kann es auch zum Beispiel gut sehen, so KV-1, KV-3, IS-3, T-10 eventuell immer noch beziehungsweise die ganze leichte Panzerlinie der Franzosen sind bei mir wirklich Panzer, da habe ich schlechte Stats drauf, weil das meine ersten 10er-Panzer waren und interessanterweise war die Badjet mein erster 10er, weil sie von Stufe 9 auf Stufe 10 hochgestuft wurde, dazu mal, glaube ich, war es. Genau, die Lorraine war Stufe 8, die wurde dann aber, glaube ich, auf Stufe 9 hochgeschoben und danach war das eigentlich mein erster 10er, ganz kurz vor der IS-7 und meine leichten Panzer habe ich dazu mal, weil ich natürlich schlecht war, einfach gespielt, keinen Bock drauf gehabt, reingejogelt, gestorben und nächstes Gefecht und so habe ich auch den T28 gespielt, also der Stufe 4er. Mein erster Lieblingspanzer, ich weiß nicht, ob es der ELC schon war oder die 455 dazu mal. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mit meinem eigenen Kollegen extremst viel 455 habe ich gespielt und der Objekt 268 dazu mal, wo die TDS noch 850 Alpha hatten und den Karmobonus, wenn sie schießen, dazu mal habe ich den ziemlich stark gespielt und dann kam, glaube ich, der ELC AMX Biss in mein Radar rein und den habe ich dann oft gespielt und dann auch Jagdpanzer N100, da waren wir 1400 Gefechte drauf oder 1500 Kanada. Aber jetzt ist der Jagdpanzer N100 einfach scheiße. Es schießt halt jeder Gold und du bist einfach zu langsam für die meisten Maps und dann kommt irgendwas wie ein Typ 5 schwer und blö. Ich müsste vielleicht wieder ein bisschen mehr spielen, mal gucken, halt ein bisschen mehr Gold schießen gegen Typ 5 schwer und so, aber schlussendlich tradest du ja besser, aber Typ 5 schwer das bleibt aufs Motordach für irgendwie 600, 700 Schaden und so nütze ich eventuell noch an. GG. Die nächsten beiden Fragen sind vom Timma Johnny oder Tommy Was hörst du von World of Warships und World of Warplanes und wie bist du zu Wort gekommen? Gute Frage, ich muss ehrlich sein, ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu World of Tanks gekommen bin. Ich weiß, dass ich früher dieses ewige Pay-to-Win-Game Dark Orbit gespielt habe zum Abwinken und ja, that's about it und glaube ich nachdem, gut, da ging es halt auch bergabwärts mit Bugpoint oder wie es liebevoll die Community genannt hat, obwohl es ja Bigpoint heißt, dann irgendwie kam ich glaube ich zu World of Tanks, aber ich weiß nicht mehr, wie. Kollege hat es mir definitiv nicht gezeigt, ich bin selber drauf gekommen und als ich dazu mal natürlich noch gespielt habe, war natürlich alles noch richtig schlecht eigentlich, wie es ausgesehen hat, man konnte nicht über Wände runterfahren und so, man ist dann gestackt, aber es war eigentlich gut, gute alte Zeiten. World of Warplanes habe ich kurz vor dem kompletten Rebalancing oder Rework gespielt, da waren die scheiße und nach dem Rebalancing ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, immerhin im Low-Tier-Bereich, aber ich muss sagen, bis Stufe 4, was ich gespielt habe, habe ich nie ein gewisses Gefühl gehabt, boah, es packt mich, hui, das muss ich spielen, sondern irgendwie so, okay, Point and Click, ich weiß von Leuten, von einem anderen Schweizer, der glaube ich bei Ritters Status Report und auch den Schweizer Techbaum Proposal oder Idee aufgeschrieben hat, der spielt das sehr, sehr gerne und er sagt auch, dass die höheren Stufen extrem skillbasierend sind, natürlich, weil es Flugzeugspiel ist und so, und so und so fort, aber irgendwie, keine Ahnung, auch keine Zeit gehabt, wenn ich noch nebenbei League of Legends spielen wollte und World of Tanks so hart gesuchtet habe und eigentlich noch ein Studium gehabt hätte, ja. Zu World of Warships habe ich ziemlich viel gespielt, ich habe immer noch kein Stufe 10 Schiff, aber mehrere Stufe 9er, unter anderem auch die Stecken-Schiffe wie Musashi und Missouri aus irgendeinem Grund, ihr habt zu viel Geld, Bergjude halt. Ja, nein, äh, ähm, World of Warships ist eigentlich oft eine gelungene kleine Abwechslung im Gegensatz zu World of Tanks. Ich finde, viele Sachen drinnen sind gut und besser gelöst als im World of Tanks. Jedoch muss aber auch gesagt werden, dass es Sachen gibt, die auch nicht so toll sind und Spielprinzip sind sie anders, wirklich. Es braucht eine ziemlich lange Zeit, bis man mal drinnen ist mit, ähm, Treffen von gegnerischen Schiffen, denn es gibt da wirklich, das ist nur Learning by Doing und irgendwie ist so ein Gefühl dafür entwickeln, weil es ist wirklich nur Artillerie eigentlich in dem Spiel, wenn man so sagen möchte. Ähm, dann natürlich momentan die Flugzeugträger, die teilweise, entweder sind sie extrem scheiße oder extrem stark, obwohl da kommt jetzt ein Rework und das meine ich auch, in World of Warships wird extrem hart gearbeitet, irgendwelche Sachen neu zu machen und das finde ich auch toll und es gab auch oft ein Skill-Rebalancing und es gab es mehrere Male. Alles in allem, es ist halt einfach anders als World of Tanks, es ist langsamer als World of Tanks, außer man spielt natürlich Destroyer oder Zerstörer, die dann einfach Ramba-Zamba reinjolo und dann probieren im Eins-gegen-Eins irgendwie was probieren, bevor sie dann im hohenstufigen Bereich von Radar rausgeschossen werden. Es ist ein gutes Spiel, aber teilweise auch extrem lange Grinds, finde ich. Aber gut, das ist halt ein World of Tanks, also das ist ein Wargaming-Spiel. Ja, so wie es aussieht, sind das alle Fragen, die jetzt mir gestellt wurden in dem Video und ich danke euch erstmal für eure Fragen und natürlich für eure Aufmerksamkeit und zweitens, ich denke jetzt, was ich jetzt noch anmerken möchte, ist, ich persönlich habe ein kleines bisschen Angst vor ein paar Sachen oder wie sich momentan mein Kanal entwickelt. Und zwar, ich sehe, dass viele, viele Leute, vor allem jetzt mit dem neuen YouTube-Studio, sehe ich, dass viele Leute vor allem durch, ähm, weiß ich schon wieder, durch meine Wie-ist-es-wirklich-Serie zu mir gekommen sind oder mich abonniert haben, weil sie eben diese Videos geguckt haben. Ähm, weil, das Problem ist, manchmal fühle ich mich dann echt so wie ein bisschen so eine Person wie Alex Jones oder so, der einfach da was vorlabert und das von seinen Leuten dann gefressen wird. und das ist halt gefährlich. Ich möchte wirklich, dass jeder von euch weiß, dass alles, was ich sage, natürlich meine persönliche Meinung auch beinhaltet. Ich probiere oft in solchen Videos oder auch in meinen Vorschau-Videos, ähm, konsequent auf den Statistiken dieses Panzers zu bleiben und meine persönliche Meinung auch konsequent zu sagen, wann die dann auch kommt. Trotzdem, es ist immer sehr, sehr wichtig und das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe bei uns im Gymnasium, seid kritisch. Wenn euch etwas fishy vorkommt, dann gibt es nichts Besseres als selber nachzuschauen und nachzulesen, ob das wirklich so ist. Nicht alles, was ich sage, kann man für bare und sollte man auch nicht für bare Münze nehmen. Wie gesagt, schlussendlich, ich könnte euch irgendjemand einen Scheiß erklären und vielleicht ein paar Bildchen hinschauen, aber das ist nicht in meinem Sinne oder das ist nicht in meinem, ähm, was soll man sagen, nicht in meinem, ja, wieso sollte ich es machen, oder? Das bringt mir ja nichts. Es ist wirklich wichtig, dass ihr als Person allgemein einfach kritisch bleibt. Ein kritisches, man solltet mal sagen, kritisches Denken ist ein sehr, sehr wichtiger Skill beziehungsweise eine sehr, sehr wichtige, ähm, Sache, die ihr lernen solltet. Vor allem, und einfach, wenn ihr irgendwas nicht wirklich sicher seid, ob das auch stimmt, hinterfragen und selber nachrecherchieren. Und das ist mir wirklich wichtig, auch wenn ich diese Videos zeige und auch wenn ich mal sage, hey, Wargaming, was macht ihr eigentlich? Und auch zum Beispiel Sachen aus Reddit oder so gebe oder zeige, es muss nicht immer sein, dass es 100% wahr ist. Zum Beispiel, ich weiß selber nicht, ob jetzt in Amerika, äh, man den Centurion Action X kaufen kann für Gold oder nicht. Und so wie es aussieht, es ist einfach eine, kommt das auf den Supporter drauf an, den man kriegt. Manchmal ist es ja, manchmal ist es nein, so wie es aussieht momentan, aber ich weiß es eben nicht. Darum, ich kann euch wirklich nur empfehlen, kritisch zu sein, wenn ihr etwas nicht sicher seid, nochmal nachfragen oder eine Quelle fragen oder eine Quelle sehen und halt auch mal selber nachrecherchieren, wenn es wirklich ein wichtiges Thema ist. Zum Beispiel auch, wenn es darum geht jetzt, ich weiß auch nicht, in Deutschland kommen doch bald die Wahlen oder so. Das ist auch wichtig, dass ihr euch da selber kritisch seid und fragt, will ich den wirklich, ist es wirklich etwas für mich und nicht einfach, ja, die da um irgendwie den nächstbesten Lemmingtrain eigentlich nachgehen. Man sagt ja immer, äh, fucking, lemmingtrain is in the world of things, it's my theory. Oder, das passiert auch gleich hier im echten Leben und das ist auch genau das gleiche mit einer Zeitschrift. Eine Zeitschrift, auch wenn sie probiert, professionell zu sein, sie beinhaltet immer die persönliche Meinung einer Person, die den Artikel geschrieben hat. Es ist immer eigentlich so. Das ist vielleicht so mein Schlusswort für 2018, ein interessantes Jahr. Vielleicht mache ich da noch einen Jahresrückblick. Bin eigentlich momentan auch im Lernen, bin jetzt aber schon nach Hause gekommen, weil, ja, fertig gelernt für heute. Und ja, 2018 war ein interessantes Jahr. Ich möchte, wie schon gesagt, gerne auf das, ähm, ja, möchte ich gerne dann später noch drüber reden. Ich danke vielmehr für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich kann euch ein paar Fragen beantworten. Wenn ihr weitere noch Fragen habt, ich, ich werde sonst auf diesem Video einfach die Fragen so beantworten, per, schreiben. Aber, ja, jetzt bin ich hier noch einen schönen Tag. Bald ist der erste Silvester. Ich hoffe, ihr habt da viel Spaß. Nicht zu viel trinken, keinen Unfall bauen, wenn ihr Auto fährt. Bitte gar nicht Autofahren, wenn ihr getrunken habt. Und, ja, danke vielmehr für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.